Hallo und herzlich Willkommen zu Annelies Luxus Lounge TV. Am Gärtnerblatt 6 lädt das Seven Fish ein, in die Welt der Ozeane abzutauchen. Das in Restaurant in Sachen Fisch in München macht Appetit auf mehr. Und was es hier gibt, seht selbst. Herr Konstantinidis, welches Publikum findet man hier im Seven Fish? Ja, ich würde sagen, das Gärtnerblatt-Publikum ist natürlich hier zu Hause. Dann würde ich sagen, das internationale Publikum, sprich die Hotellerie. Dann würde ich auch mal sagen, auch die ganzen Fisch-Fanaten kommen natürlich hierher, weil wir, glaube ich, das größte Angebot auch noch Fisch haben. Ja, ansonsten würde ich alle sagen, alle die ganzen Fischliebhaber Münchens, die würden kommen oder kommen zu uns halt hier in unserer Lokal. Was gibt es Besonderes hier? Ja, besonders außer dem Fisch ist natürlich auch unser Wein. Ganz speziell würde ich jetzt mal sagen, Deutschlandwein, Rieslingen. Das ist momentan halt ganz aktuell. Und unsere Weinhandlung, die wir in Haidhausen haben, die Weinkantina, hat natürlich vieles zu bieten. Und das verbindet natürlich auch den ganzen Fisch zusammen. Schöne, frische Weißweine aus ganz Deutschland, sprich Mosel, Saar-Uwer, badischen Wein, Rheingau, Rheinhessen und so. Das ist halt momentan so ein bisschen hippig auch hier in der Gegend. Wird natürlich auch sehr viel getrunken, weil natürlich die ganzen Fischvorspeisen, die wir hier aus der Vitrine haben, passen einfach auch dazu, zu diesem Weißwein. Das ist halt momentan so. Und jetzt schauen wir uns mal die Küche an. Was gibt es jetzt Leckeres? Wir machen ein Duett vom Seven Fish. Das ist eine Gamba und den Zackenbarsch, den wir vorhin hatten. Dieses Riesentier. Genau. Schon zerlegt. Schauen wir uns mal an, wie das so aussieht. Genau. Mit Zitronenpolenta und Salikorn. Das ist das Fisch-Duell mit Junko-Gappa. Das ist das Fisch-Duell mit Junko-Gappa. Und einen Hackenbarsch aus dem Anlass. Danke schön. Das ist das Fisch-Duell mit Junko-Gappa. Liebe Zuschauer, ihr könnt zwei Gutscheine gewinnen. Und zwar im Wert von 100 Euro, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Ja, der Seven Fish. Warum heißt der Seven Fish, Seven Fish? Dazu müsst ihr natürlich ein bisschen Recherchearbeit leisten. Geht auf die Internetseite von Seven Fish und findet die Lösung. Schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Ich drücke euch die Daumen, damit ihr hier für 100 Euro richtig schick essen könnt. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Wednesday. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020